Ich habe gehört, dass Sie das falsche Gewand hatten, die wollten Sie nicht reinlassen. Stimmt das? Naja, es war so geplant, dass ich gesagt habe, ich komme, ich trete auf, so um 2 Uhr morgens, und ich habe kein Gewand mit, ich habe gar nichts mit. Jetzt hat der Oberstleutnant gesagt, pass auf, ich suche, wo er fliegen. Und dann ziehen wir irgendwo einen Kellner, ziehen wir das Sack aus. Jetzt habe ich mir gedacht, da muss ich das dazu nehmen, dass es gleich passt. Na bitte, in voller Montur. Jetzt muss ich mir vorstellen, jetzt serviere ich schon anschließend und habe sogar Trinkgeld schon gekriegt. Es ist wunderschön, oder? Gut, man muss es persönlich sehen, man muss sagen, ich mache mir einen Spaß draus, so wie ich da so, ich renne aus Kölner und was nicht, in einer der schönsten Bälle, die Österreich bieten kann. Aber ich bin stolz, dass ich da bin.